Hey. Hallo, Tim. Ich weiß, es ist schon ein bisschen spät, aber ich habe auf dich gewartet. Ach, du, Tim. Es tut mir leid, wir waren bei Julia eingeladen. Ich habe das total vergessen. Macht ja nichts. Tim hat heute Geburtstag. Ey, Glückwunsch. Danke. Ja, dann werde ich mal wieder. Wir wollten gerade noch einen Schluck Wein trinken. Wenn du magst, kannst du auch noch ein Glas mit trinken. Warum nicht? Ich... Ich... Hol mal ein Glas. Hm. Mir ist noch. Ei, das war der Rest vom Schützenfest. So früh jetzt auch wieder nicht. Auf jeden Fall war das der schönste Geburtstag seit Langem. Wein ist da, Lef. Oh. Blöd. Das macht doch nichts. Ich muss auch nichts mehr trinken. Das reicht noch. Also, ich kann nicht mehr, wenn ihr gerne noch weiter quatschen wollt. Nee, lass mal. Ist ja auch wirklich schon spät. Dann vielleicht ein andermal. Klar, ein andermal. Gut. Ja, dann... Danke sehr für den Wein. Und für heute das... Schon gut, Tim. Ciao. Nacht. Nacht. Macht's gut. Mann, ich dachte, der geht gar nicht mehr. Und ich dachte... Wer ist alle? Wer? Ja, sie hat unglaubliche Verlustängste im Moment. Ich bin ganz froh, dass sie hier ist. Und nicht bei Richard. Na ja... Vielleicht ist es aber auch nicht ganz so gut. Wieso das denn bitte? Na ja, seien wir mal ehrlich. Paula ist nicht so durcheinander wegen Nico und Annabelle, sondern... Also, vielleicht auch, aber... Wieso denn sonst? Unsere Twegen? Unsere Twegen. Mhm. Na ja, wir haben uns gestern fast geküsst. Paula hat es mitgekriegt. Keine Ahnung, wen du gestern küssen wolltest, aber... Ich wollte es auf jeden Fall nicht. Ach nein? Nein. Na ja, dann sind Paulus Vermutungen ja völlig blödsinnig. Ja... Natürlich. Aha. Aber sie hat welche.